Die hierzu erwerbende 4-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich im NEP Ruhrkreis. Die Immobilie wurde 1945 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Keller. Bei einer Wohnfläche von ca. 79 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf ca. 74.900 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.